philadelphus coronarius hier das ist der pfeifenstrauch auch ein sehr sehr schöner sehr sehr schöner strauch wird circa so drei meter hoch bei guten bodenbedingungen und wie man hier sieht steht er gerade in voller blüte und der wird auch im volksmund falscher jasmin genannt das aus gutem grund weil die blüten wirklich ähnlich dem jasmin nahe kommen wenn man daran riecht das ist schon richtig blumig süßlich ein bisschen grünlich frisch und diesen strauch wenn wenn der im garten steht den riecht man wirklich meterweit also wenn da der wind aus der richtigen richtung kommt das ist herrlich den duft in der nase zu haben besonders an sonnigen tagen ist das wirklich ein erlebnis und an sich auch ein sehr sehr schöner strauch auch zu anderen jahreszeiten